Hallo zusammen, hallo Freunde, heute möchte ich ein ganz normales Bild machen, das heißt am Anfang ohne Silikon, ich mache die Ringtechnik, werde die Farben ganz normal über das Bild laufen lassen, das Bild ist 40 auf 40 cm und werde danach aber noch ein bisschen Silikon rein tupfen, weil mir das wieder zu langweilig war. Ich hoffe euch gefällt es, dann lasst uns loslegen, bis gleich. So Freunde, ich habe jetzt hier noch Schwarz, Gold, Turquisegrün, Silber, Magenta, Nablis Yellow und Weiß. Ich möchte jetzt nur mal ein Bild, ganz normale, wahrscheinlich Paddeltechnik, ganz normal laufen lassen, ohne Silikon und vielleicht mache ich danach noch ein bisschen Silikon rein, ihr kennt mich ja. Okay, ich lasse wieder Musik laufen, weil dann kann ich auch nicht mehr Musik hören, habe ich mehr Spaß, habt ihr mehr Spaß, dann fangen wir an. Okay, ich habe jetzt malts los dangerous Gatektoratik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020